okay was geht los er kommt scheiß drauf wir auch keine sorge wenn man sich so durch die wand durch glitsch und auszuschauen dann hat der die eine kommt hat mich dort gesehen und hat auch wirklich gespuckt okay wo werden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, feller! die dämonen verstopfen das und deswegen packen die sich gerade nach oben immer siehst du die hochklettern die kommen sich wand hat vorne und davon da ist da oben hinter uns scharf geschossen wachten das ist die bibi meine leser knallen und das klang so dass ich hier geschützt das ist doch der lege ich treffe den mädchen achten du gebackt hier oh er wieder zurückgepackt wo sind sie den momentan den tag heilt dich aber auch völlig unwillkürlich ich bin schon verletzt aus allerdings das weiß gerade gesehen hat irgendwie aber eigentlich leben die macht die müssen den gang breiter machen dass sie durchkommen wenn das vorne hängen die titanen wieder fest die wehmut oder was auch immer ja und dann müssen sie auch fasch und drei hoch macht werden doch ja und viele kopf also spitze stämme abgeräumt und die lampe hier geh die backen sich jetzt wieder hoch so gut ja nur wenn wir den gang zwei breit machen dann müsste man auch zwei neue dinge aufstellen zwei neue naja bist du nicht das problem ich glaube ich kann spannen da wird es nicht mehr oder kannst du mal schon stimmt die sich irgendwo bereits in die tiefe oder was genau im gang ist irgendwas steckt da fest ich glaube wir treffen das von hier nicht ich glaube wir treffen das von hier nicht du kannst du mir mal sagen ob was kommt ich gehe mal kurz rüber ja momentan schaut nichts aus ach ja 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 gut zurück 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 man steckt ein fetter b in uns drin oh ok der ist jetzt eigentlich tot der zappelt nicht mehr ok jetzt muss er wieder ruhig oh äh das schüler blockiert hier naja oh klein sauber sauber arschtück gekommen hier ok weg stalker alter 1 bm und das mal noch nie ja hoffentlich lassen sie ein guter Looter ich hoffe ja und der nächste stück da noch mal der Wichser durch oh der hat gleich um die Tür durch oh jetzt hat er das durch ok incoming enemies prepare for complex oh stalker ok ok jetzt haben sie Platz nö und hängt trotzdem dahinten pfeffer da sind leer oh oh hello oh oh Die Idioten sind weg und nicht raus, oder was? Irgendwas locken, ne? Fallen? Über der Tür? Nö! Oh! Tschüüüüs! Was gibt der immer noch? I've got a bad feeling about things I've got a bad feeling about things down there What is that here? Woah I've got a bad feeling about things down there It's all over here Boop 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 Okay Boop 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 Und noch B-Maut Boop immer mehr da unten Jungen, stirbt er mal! Da kommen die auch nicht durch, ne? Nee, nicht so wirklich! Hey, hey, hey! Hey! Na, expert! Alles roger, roger! Oh, oh! Die sind hier oben! Die sind hier! Hier oben! Siehst du das? Die sind hier... Äh, shit, ja, das ist unser Problem, okay. Äh, was? Keine Ahnung. Für sich... Wo ist denn der nicht ran hier? Kommst du hin? Ja. Oh, jetzt haben wir wieder... Kommt noch hier! Ähm... Ähm... Kann ich da nicht ran kommen? Okay, ja. Achso. Ja, okay, lass die Luke! Scheißegal, die Luke super! Na gut, wenn sie da... Ich krieg das mal, okay. Ich krieg das mal, okay. Okay, 2... Gleich... Ähm... Genau. Ne, passt nicht. So. So... Sollte man vielleicht eh lassen. Ja, das ist der... Ich komm praktisch an dem Geschützturm nicht vorbei. Also, weil der... Der erkennt, wenn ich da hin schaue, immer nur den... Den Geschützturm. Mhm. Ja, du müsstest jetzt ja auf die Rampe, aber... Nee, da... Oh, danke, Wut-Shit! Wut-Shit? 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 Die Chance ist vor allem... Wie geht's nachdenken? Wie geht's nachdenken? Jetzt ist mein Name. Mix увiert... Wie geht's enferm�. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, so ein, so ein, so ein, äh, der blockiert sich wieder die, den Ausgang. unten alle weg oder richtig hat doch nicht noch da das klingt nach bomber oder 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 war das hier der sticke hier ja aber ich bin nicht sicher ob sie nicht das war geiler oder leider da ist es wieder auf der schweiz das war soldat soldat dajka oh fack, ich hab schon oh fack, weg ok, nochmal kurz reparieren ok, nochmal kurz reparieren wenn ich fast mal reparieren nö ach komm, die 30.000 müssen erstmal weghauen schaffen sie eh nicht so, guten Morgen oh scheiße ok also wenn ich meine hätte ich meine laserwaffen äh, besser nehmen soll aber der wow warum ja gut der schießt die runde der ja du du es ist schon fast drei uhr ja klingt witzig mein Name ist Käpt'n Körg ich kann damit nicht schieben kannst du noch einen Schalter drauf machen vielleicht kriegt dann anders ist er schon so ist er schon dann tut gleich weg weil ich glaube wäre der blutmuss nach andererseits ich könnte bei mir die Aufregung man reist kritisch in der blutmuss nach dann müssen wir sagen mit zwangsläufig oh hallo oh er hat aber viel Leben hatte ja ist denn der unten an der Säule ok aber davon mal ab selbst diese weiblichen behemots kommen nicht gegen die stahlstacheln ok ich glaube die Hakenwichtern Wolf dran was läuft denn da und sind die sind die unterhalb der da wird irgendwie ah ich kann sich aufheben da wird irgendwie ein grüner angezeigt äh der der sind wieder unter dem Boden äh äh die sind wieder oh äh hallo kriegst du die Säge hier noch äh äh ich kann nämlich ich bin voll ich direkt aufnehmen ach so scheiße auf ja kann ich machen ja ok jetzt vielleicht grad nicht so jetzt sind wir hier alle weg oder bis runter gefallen oder was oder jo alle unten ja unseren verfloppt oh ok alle weg so dort wo der ist hin gibt es noch und dort oh ähm warte mal ähm ähm warte mal ähm 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 und joh und joh und joh und joh und joh und joh das fliegt einfach nur weg hier ähm das fliegt einfach nur weg hier die spielzeuge joh und joh und und joh und joh und drei dann haben die den garagentor auch das kann nicht passieren kommt nicht mal der stalker kommt vorbei schwester stefanie schön also jetzt ist unser gang noch weg blut und ist vorbei geht heim du siehst du siehst du da oben oder der was fenster schaut ja ja der mich auch ja genau die darf auch nicht fehlen ist noch was grünes im gang ja was ist noch im gang nicht mehr ich sehe noch ein rotes der muss unten im gang sein wahrscheinlich hängen wir fest sicher wir haben zerschossen der war hier er stand hier im gang und er jeweils ein linker und rechter armbar in der wand in die packen so wie jesus am kreuz wir sind geheiligt wir sind geheiligt wenn wir hier was auslagern wo es ist ist doch hier hier grabemann und söhne und footballer hat hier rum hat hier rum gepudelt ok dann machen wir das türchen mal größer könnte es wohl nicht sitzen hier